Ich bin die Wurst-Generation, die im Grunde immer das Gleiche macht in dieser Familie, nämlich Scheiß. Mein Schwanz hätte zu dem Thema vegetarisch gesagt. Ich bin Master Davies. Koch dir einen Teller. Aber ich glaube, wer mit Wurst eine gute Wurst machen kann, der kann das am ehesten auch, wenn man Wurst weglässt. Das Ziel war, dass die Menschen wirklich schmecken wie Frikadellen, weil viele Frikadellen den Geschmack von Frikadellen einfach lieben. Aber aus verschiedenen Gründen kann Frikadellen Fleisch mal essen wollen. Unsere Frikadellen, die waren dann doch sehr, sehr, sehr medium. Also erstmal medium. Ja, als die Frikadellen dann immer besser wurden, die Frikadellen-Vonest war es okay. Die Wurst hat diese Familie drei Tage lang als Geflügelfamilie gegessen und das gemerkt. Man merkt wirklich, dass es Saus ist. Das ist so.